Was darf ich euch bringen? Vielleicht tausendjährige Eier auf zartem Salat aus Eichhörnchenohren? Oder gezuckerte Regenwürmer in saurer Sahne? Sehr gut ist auch Baumrindenpüree mit geraspelten Pferdehufen überstreut. Oder hättet ihr gerne Wespennester in Schlangenhaut? Wie wäre es mit Ameisenklößchen auf köstlichem Schneckenschleim? Gut sind auch geröstete Libelleneier in Seifenschlamm oder zarte Seidenraub mit weichgekochten Igelstacheln. Oder mögt ihr lieber knusprige Heuschreckenbeine mit angemachten pikanten Maikäferfühlern? Was ist? Ist euch nicht gut? Ist euch nicht gut?